Liebe Elliot Waver, willkommen zu einem weiteren Video zum US Oil WTI Crude Oil. Mein Name ist Frank Schuh von Elliot Waver Live. Wir befinden uns hier im 4 Stunden Chart und sehen hier sehr schön die bevorstehende Bewegung, die wir nach unten machen. Die Welle 2 scheint abgeschlossen worden zu sein und wir sind nun gerade in der Welle 3. Wenn wir uns das Verhältnis anschauen, der Kurs ist hier bei 85,29, die Welle 2 war bei 90,19 und wenn wir sehen in welche Richtung das Öl geht und wie weit vor allen Dingen noch bis 63,54, dann sehe ich hier durchaus Chancen noch zu handeln. Aber bevor wir da jetzt weiter drauf eingehen, gucken wir uns die Entwicklung ein bisschen genauer an. Das Ganze wird einen Zeitraum von ca. 2 Monaten beanspruchen, bis wir hier unten angelangt sind. Im 2 Stunden Chart sieht das also folgendermaßen aus. Das ist die Welle innerhalb der Welle 3, die wir gerade in dem anderen Chart gesehen haben. Das heißt hier könnten wir natürlich diesen Bereich hier erstmal handeln. Man müsste den Stopp aber dann hier oben setzen, auf der 2. Und bis hier wäre das jetzt kein hervorragendes Verhältnis zwischen Risiko und Gewinnmöglichkeit. Dann müsste man schon sich entscheiden, eventuell im Markt drin zu bleiben oder müsste warten, bis dann diese Welle hier abgeschlossen ist. Die Make-or-Break-Linie, die ich hier eingezeichnet habe, bestätigt eigentlich nur, dass wenn der Kurs hier durchläuft, wir tatsächlich weiter stark fallende Kurse bekommen werden. Also diese MOB ist nicht für einen Trade auf fallende Kurse jetzt hier gesetzt, sondern signalisiert nur das weitere Abwärtspotenzial, wenn sie unterschritten wird. In der Praxis könnte das jetzt so aussehen. Hier diese Linie habe ich jetzt mal als Unterstützung dargestellt. Der Einstiegsbereich liegt jetzt derzeit auf dem Marktkurs, den wir gerade haben. Der kann natürlich am Montag schon geringfügig variiert haben dann. Der Stopp würde hier liegen, am Ende der Welle 2. So, das ist dann quasi das potenzielle Risiko und das der potenzielle Gewinn. Das Verhältnis ist 5,3% Verlustrisiko und 16,48% Gewinnmöglichkeit. Also etwas besser das Verhältnis, also sagen wir mal so circa 1 zu 3. Damit ist das noch machbar. Hiermit gebe ich Ihnen eine Idee. Ich fordere Sie nicht auf, jetzt unbedingt diesen Trade zu machen. Aber Sie haben jetzt alle Eckdaten, um hier eine objektive Entscheidung zu treffen, ob Sie diesen Markt mit diesen Parametern handeln möchten oder nicht. Im weiteren Verlauf, ich bin jetzt wieder im 4 Stunden Chart, haben wir ein noch stärkeres Abwärtspotenzial bis 59,71 zum Beispiel. Hier bin ich ja jetzt nur gegangen bis 71,33, um den ersten Schritt erstmal mitzunehmen. Und hier unten ist nochmal eine Make-Ou-Break-Linie. Wenn die letzten Endes durchsprochen wird, dann haben wir dieses Tief hier kassiert. Und dann geht es nochmal weiter. Wir sehen das am Ende. Wenn die Bewegung fertig ist, dann landen wir im Bereich um 50 Dollar. Das sind die Aussichten von US-Oil. Und das soll es für dieses Video gewesen sein. Sie verfügen jetzt über alle Marker, die Sie wissen müssen. Alles Liebe, mein Name ist Frank Schuh von Elliot River Live.